hallo und willkommen zurück bei far cry primal zurück aus dem hohen norden wieder in unserer kleinen butze hier was fehlt uns ach da fehlt uns noch dachs ja können wir gerne machen die haben hier überall quests anscheinend schauen wir mal da wird gehämmert das sieht auch irgendwie falsch aus das heißt man könnte auf sie drauf klettern mammut ok ich wollte auch hier alles menschen unmöglich haben für ihre bauten so was gibt es hier ach alarm nee da habe ich ja noch gar nix so du was willst du denn wieso bist du nicht selber gegangen ja das hilft mir auch nicht weiter das ist halt echte kameradschaft so bei dir wie sieht es hier aus streifenwolf fell okay da müsste ich erstmal wieder so einen streifenwolf finden nachdem wir den ja beim letzte woche für mich war es letzte woche ich weiß jetzt nicht ich habe da ein paar mehr folgen teilweise nachdem ich den da halt gezähmt habe haben wir da kein höhlenbären fell nordton nordton brauchen wir für andere sachen zuerst so was will der irre ja was machst du denn da naja ok könnte es mich auch so langsam beim namen nennen nicht immer nur pisse man das nehme ich ihm etwas übel kommt von hier das stöhnen oder von da oben bin mir gerade etwas unschlüssig wir gehen mal oben gucken bei unserem ollen schaman ich glaub bei dem kommt das gejodel raus seltenes löwenfell was ist ein hai los ja die kennen wir ja die komischen blauen hat er auch schon vorher machen können ja wir versuchen es wir wollen wir gerade irgendwie sorgen dass wir da irgendwie jetzt mitten mit dem feuer rumgekniet haben ok noch eine mission ist ja nicht so als hätten wir hier zig millionen so blablabla oder auch nicht gut da oben ja alle filter ok da hinten schwierigkeit schwer Da komme ich ja immer noch eigentlich rein. Und da können wir es ja mal probieren. So, aber wie reisen oder wohin reisen wir am geschicktesten? Oder sollen wir da hin? Brennet das Lager nieder? Ich glaube, wir brennen erst mal das Lager nieder. Gehen dann zurück. Ja, mal schauen. Ist egal, was wir machen. Es dauert alles sehr wahrscheinlich lange. So. Da kommt unser zotteliger Freund. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ich weiß immer noch nicht, warum man die nicht reiten kann. Sind doch eigentlich groß genug. Was geht denn hier oben ab? Berg zu steil. Keine Ahnung, wo die hier plötzlich aufgetaucht sind. Zack! Sonst noch jemand? Noch irgendwelche Angreifer? Ach da hinten. Sack, Sackschutz. Sackschutz. Upp. So, wo? Was? Wir wurden tatsächlich hier um... In der Bevölkerung reduziert? Seit wann das denn? Was? Noch mehr? Wieso? Skandalös. Ja, ja, ist ja gut. Waren wir da jetzt einfach nicht schnell genug? Aber das war doch sowieso nur einer. Finde ich nicht nett, wenn man dann versucht, irgendwie zu helfen. Das dann aber nichts... Plötzlich dann nichts bringt. So, warte mal hier. Ja, hast nur einen kleinen Schnitzel bekommen, ne? Ach, gehen wir mit. Er läuft schon mal los. Ah, ist das da oben in der Höhle drin? Wenn ja, ist die aber bestimmt eh wieder zu klein für den Dicken hier. Höhle der Sonnenläufer. Aha. Trenne sie nieder. Würde... Ja, oder kaputt machen geht auch. Äh... Okay, er läuft schon mal vor, wie immer. Wer soll mich bitteschön hier gesehen haben? Hm. Littesch, Platsch. brenntet noch probieren zu hüllenmalereien okay ja ja was was da selber mal kurz was heiß ja ja ist ja gut stecken uns immer selber im brand ich weiß ich weiß so hat er hier ja 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 Ja, ja, warte mal. Jep. Sorry, ich hab dich getroffen, aber du bist auch ein riesiges Ziel hier immer. Ah, blub, 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 blub. Oh, das hat er hier. Nix. Tontopf. Wozu auch immer. So, brennen wir hier. Kann wir hier auch anzünden, ja. Brenn hier einfach alles nieder. Au. Mist. Wieso läuft der blöde Bär da auch immer in die Gegend rum? Mist. Wo bin ich denn jetzt? Ist ein oller Seebär. Mist. Mist. Also der ganze Blödsinn nochmal. Menno. Kommen die denn auch immer überall her? Na. So, es macht keinen Sinn irgendwie großartig zu erkunden. Wir fackeln direkt hier alles ab. Oh. Wo ist denn der Bär schon wieder hin? Mein Gott, ich kann auch keine fünf Minuten hier irgendwie aus den Augen lassen. Ist ja schön und gut, dass er tankt, aber es soll sich ja hier nicht hier direkt ja auch alles pullen und so. So. Okay. Hier ist nur Ausgang. Wieso ist es denn so schnell dunkel geworden? Naja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wohin? Der Bär ist Gaga. Oder hat der Schiss vorm Feuer? Kann natürlich sein. Äh. 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 Wir nehmen den Streifenwolf. Der ist immun gegen Feuer. Insofern kann ich ihn noch nicht anstecken. Weh. Hau ab. Ich such den Wolf. So. Läuft das mit dir oder haust du auch hier immer ab? Machst du hier dein eigenes Ding? So, wo waren denn jetzt hier die Kerle? Okay, schnell die Bestie heilen. Hier alles anstecken nach Möglichkeit. Oh. Ei, 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 ei. Oh. Kommen die denn alle hier plötzlich her, die Jungs? Stolpert man hier schon die ganze Zeit in der Höhle rum? Sieht keine Menschen Seele? Dann kommen die hier einfach mal so angedackelt. Oder riechen die das, wenn ich deren Hütte hier anzünde? Kann ja sein, ich wäre ja natürlich auch angepisst, wenn hier einer meine Wohnung anzündet. So, können wir das hier mitnehmen? Nee. Oh, nee, das, so wollte ich ja nicht. Au! Au! Ah! Mist! 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 Ups, sorry Ist ja anstrengend hier So, was kann man denn hier bei denen noch großartig anzünden? Hier ist noch Kram zum zündeln Holzfeilt haben wir hier drin Ist ja wahrscheinlich nix Na Könntest du mal bitte So Dann hat den Blödsinn auch Dann machen wir halt wieder an Komma aus dem Gebiet Klingt immer sehr gut Und Streifenwolf Genau das, was wir brauchen Aber das ist irgendwo Ach Na ja, das war ja hier Ja Ich hoffe die Jungs kommen hier nicht lang Nehmen wir das nochmal mit Weil wir es ja nicht mehr Hatten Und ich hätte aber gerne noch Diese Hand Die da oben irgendwo ist Vielleicht Löchen Prügeln So Das nehmen wir noch mit So Die Höhle ist sogar vollständig Dann müssen wir nur noch Irgendwie einen Weg hier raus Finden Okay Die Jungs sind plötzlich verschwunden Auch schön Na gut Dann können wir ja hier Tatsächlich Schluss Mit der Folge machen Dann haben wir ja hier Alles gesehen Und gemacht Und getan Ja Dann sehen wir uns Hoffentlich beim nächsten Mal wieder Bis dahin 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 Bis dahin